Tag ein, Tag aus, immer nur Homeoffice. Mir fällt langsam die Dille auf den Kopf. Ich vermisse es in einer Bar, etwas zu trinken mit meinen Freunden, ins Restaurant zu Nacht essen und natürlich auch das Auftreten. Darum bin ich wirklich froh, dass jetzt die ersten Lockerungen kommen, damit ich wenigstens ein bisschen Normalität wieder herstellen kann. Aber damit wir möglichst bald alle wieder ganz normal an den Aaren sitzen und mit einem kühlen Getränk anstossen auf einen warmen Sommer, ist es eben wichtig, dass wir auch trotz dieser Lockerungen immer noch die Hygienemassnahmen einheben. Ich weiss es ist schwierig, aber ich glaube an uns, wir schaffen das. Hebt durch! Zum Schluss nominiere ich den Schütz Jan Loch Beiler für Zusammen auf Distanz.